Deine Mutter ist so dünn, die fällt in die Fugen beim Bad. Deine Mutter ist so beharrt, sie versteht nur die Sprache der Wookies. Deine Mutter ist so dünn, wenn sie bei den Sogen sich gucken muss, dann würde ich auch nicht viel runtergehen. Er ist alt. Du bist alt. Ey Nils, ich hab letztens deine Eltern getroffen, zwei nette Kerle. Bei zweiten Masern noch schlechter. Ich weiß, ey. Los Schafe, kommt rein. Ihr habt ja noch nicht meine Eltern getroffen, zwei nette Frauen. Ich sag's mir wieder gerne, weil Lesben sind geil. Ich bin dessen eigentlich ekelhaft. Echt nicht. Ich find dich voll ekelhaft, Kalle ey. Du stinkst richtig nach Kacke. Das stimmt. Und nach meinem bisschen. Nein, nach Bockwurscht. Ne, ich stink schon nach Kacke. Ist richtig so. Ne, Bockwurscht. Jetzt kommt endlich rein, dumm Schafe, ernsthaft. Ernst hofft. 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 Eko hofft. Nachdem jetzt jeder Mahf gerufen hat. Nein, Schäfchen. Wir alle wieder glücklicher. Aha. Fuuuck. Und du kommst auch da rein. So, und du auch. Ich auch. Jeffrey das Schaf. Geh rein. Jeffrey. Jeffrey das Schaf. Jeffrey das Schaf, alter. Wirr ist ja. Nein, nicht du. Scheiße. Erstmal mein Schaf getötet. So. Böse, ne? Hat er nicht gemacht. Böse, ne? Böse, ne? Wie sieht's denn aus? Ich hab kein Bogen dabei. Wunderbar. Mein Kind vielleicht nicht. Hm. Was? Sieht schlecht aus, Nico. Ich find's lustig, wie da unten so ein mega... Oh, der verzauberte Helfertypi. Da unten ist ein Zombie, der verzauerte Rüstung. Das ist ein Boss-Zombie schon fast. Ja? Fast. Ja? Fast? Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Äh, ist ein Boss-Zombie. Doch. Ey, Nico. Welche Farbe von Schafen hab ich noch nicht geholt? Ähm. Schwarz. Schwarz. Lila Blast Blau. Schwarz. Schwarz. Schwarz fehlt noch. Hier, ich möchte hier bitte keine Witze über Maximalpigmentierte hören. Das ist nämlich diskriminierend. Meinst du wegen Kubi? Hm. Los Schafe. Aber der Schwarz ist ja... Kommt her Schafe. Ihr wollt es. Ich geb's euch. Richtig, ja. Richtig von links. Also ich könnte jetzt perfekt Kameramodus machen von hier oben. Richtig von links vor allen Dingen. Ja, von rechts liegt ja nicht. Pico, guck mal nach oben. Bye. Bye. Scheiße, kein Pfeil dabei. Wuuuuh. Schön blau gestreifter Pullover. Fick dich, Alter. Blau Blau Blüte entziehen. Jetzt hat es wieder versaut. Ja. Boah, ich will das essen. Hat er getroffen? Ja, musst du. Ich muss was essen. Ich muss den Schwarzen töten. Hat er nicht gesagt. Alter, ich muss so Kubi. Kalle, hör auf. Oder du kriegst heute kamen Abendessen. Aber ich hab doch Hunger auf Currywurst. Nein, du musst erst mit deiner Verwandtschaft teilen. Deiner Oma. Also, hol mal deine... Hol mal deine Schwester. Hol mal deine Frau und deine Schwester runter. Hol mal deine Schwester. Boah, ihr seid so dumme Schafe, ernsthaft. Komm, töten die. Nee, 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 okay. Ich will sie nicht töten. Mann. Ey, wusstet ihr schon, dass Pimp eigentlich Zuhälter heißt? Ich bin dein Pimp, Alter. Und deswegen... Pimp my right. Und you're officially pimped. Bedeutet, du bist offiziell Zuhälter. Ich pimpe dich gleich, Alter. Ja, 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 ja. Dann bist du meine Hau aber. Oh, scheiße. Ha, 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 ha. Das ist jetzt gar voll stolz. Ich hab dich ausgestochen. Da, 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 da. Watt, watt, watt. Wen hast du gestochen? Ich hab dich ausgestochen, Alter. Fünf Millimeter Nahkampfstachel. Da, voilà. Walla, du hast ihn ausgestochen. Oh, ja. Mit seinem fünf Millimeter Nahkampfstachel. Ja. So elegant. Und so charmant. So charmant. Hey, wir haben einen rohen Lachs. Was? Du hast deine Mutter? Wow, Zombies. Zombie-Freunde. Da, da lag bestimmt ein guter Witzel da. Ich hab ihn verkackt. Ziemlich. Oh, 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 oh. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Miri Grissmiss. Ho, 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 alter. Ey, wir haben voll viele Eier. Eier! Wir müssen nur Eier braten. Eier, wir brauchen Eier. Können wir doch mal ein paar Eier braten. Ich mein, wir müssen nur noch den Mikroholz füllen. Blas mit rein. Nein. Warum liegt der Stroh? Mach mal deine Maske auf. Alter, beim ersten Mal war er schon nicht lustig. Okay, beim ersten Mal war er lustig, aber jetzt nicht mehr. Der war lustig. Der ist immer noch lustig vor allen Dingen. Blas mit rein. Das ist ja das Schlimme. Der wird nicht schlecht. Warum hast du deine Maske auf? Ihr versteht echt nie, wann ein Witz ausgelutscht ist. Der wird nie. Besser als du, du Jungspund. Deine Mom. Uh, Lucky Party! Willst du wirklich wissen, was ausgelutscht ist? Oh Gott. Nein, danke. Dein Panel! Ja, der ist ziemlich ausgelutscht, das muss ich schon sagen. Ja, standard eben. Ähm, ja, ich kann zurzeit nicht arbeiten. Niko! Wen interessiert das? Niko, komm mal hier hinten hin! Hartz 4! Komm her! Guck her! Guck her! Guck her! Sofort! Bitte! Sieht geil aus! Stimmt! Kann grad nicht! Äh, Kubi, hast du Lava? Lava? Lava, ja. Hast du? Soll ich Kubi mal totboxen? Ist auch der Slava-Witz. Ja, lass mal. Alter, hör doch auf! Beef! geflippt 360 broken nose nein das heißt 360 no scope no kill Alex ist heute irgendwie so Julian ne? ja ein bisschen kann sein ich fang gerade an Auge juckelt so Auge juckelt nicht mehr Auge juckelt was du juckelst rum mit deinem Auge? du bist nicht von Assi ja ja Julian ist gut mach mal halb lang ok jetzt kauf dir ne Banane dann geh weiter ich möchte ja nicht wissen was Julian mit der Banane zu tun hat ich will es auch nicht wissen eigentlich ja deswegen kann ich den Pfeil auch aufsammeln wohl je nachdem ob links oder rechts würde mich schon interessieren das ist neu wegen dem Pfeil ja vor allem weil es kam die haben Schoss über mich die haben ne Präzision Kammschoss über dich Kammschoss vor allem da drunter ist ein Typ mit dem Bogen ok Kubi ich hab Lava keine Angst Lava? ich bin der PvP Beast glaub mir ja ich hab's Lava Kalle beweis ihm das Gegenteil dass er ne PvP Beast ist NEIN du hast nicht NEIN was ich soll Nils töten? ja ok mach ich krieg ich ein Diamant dafür so als Auftragskiller mäßig nein nein hör auf hör auf Alex obwohl ein Eisen ein Eisen reicht mir eigentlich du hast doch elf Leben ein Eisen nein nein hör auf hör auf Alex pfui ich hasse dich ich möchte ihn trotzdem noch töten au hallo wo seid denn ihr heim 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 wir verstehen uns wir verstehen uns ja den Baum muss sie jetzt anschünden schwarzer Humor gleich guter Humor ha D der A sagt muss auch B sagen C Nils ich hab übrigens seine Schafe geklaut ne B hab ich gemerkt NEIN der ist doch fast tot Headshot hua ey ich hab noch ein Pfeil themen siehs aber cool aus Wer pies dich da ich möchte nicht wissen was Verschöner bei ihm heißt ähm... najaa, bei mir... Obwohl doch willig, sag's mir. Kubi, soll ich mal zu euch... Ja, wenn du willst. Und mal gucken, wie's bei euch so ausschaut. Weißt du nicht. Kubi, ich bau grad was Schönes, ne? Ja? Erlaubst du mir's nicht? Ja, warte, dann... Müsst du halt auch mal ein Lager bauen. Ich level noch kurz mal zwei Level und dann kann ich wieder enchanten. Äh, bauen wir ein gemeinsames Lager? Ja, schlachtisch. Schlager? Hat man eigentlich vor, ne? Schlager, Schlager, Schlager. So, Hausverschöner. Ich kenn nur Slager. Ha. Hm. Verdammt. Wir haben keine... Wir haben keine... Wir haben keine... Wir haben kein Tor. Das ist scheiße, wa? Ja gut. Kommt da jetzt noch was witziges, oder? Nils, komm doch mal. Muss die Hausverschönerung erst sehen. So Kubi. So ich dir irgendwie behilfst, in deinem Lager? Dein Haus wird offiziell gepimpt. Äh. I'm gonna erpimpt. Räuschelnäden. Toll, so. Ich hab dir einen Baum des Friedens gepflanzt. Verpiss dich. Wir sind mir grad echt was von Justin Bieber. Ja. Kubi, komm mal bitte her. Ja, ich möchte das Unnützte, aber trotzdem coolste der Welt zeigen. Ein Baum der Versuchung. Dieser Baum zeigt den Frieden. Und mehr. Netter Frieden. Und mehr. Okay, wir bauen hier jetzt einen Baum des Lebens. Nein. Life is like poop. Wo denn? My life be like poop. Mh, hier unten zu meinem Strip-Meingang. Einfach mal ausgeleuchtet. Oh, Jeffrey und Jeffrey, der Zweite, kommen zu mir. Irgendwie ist es cool. Und einmal schließen. Bei wem hier der Endertrache hoch. Brauchst keine Fackeln, ne? Ja, einfach Lava. Es ist Lava. Es ist Lava? Ja. Es labert ihr. Es labert ihr. Es laber, es laber, es laber, es laber, es laber. Alter, ich würde mich so ankotzen als Zuschauer, wenn ich das nicht checken würde. Soll ich kurz erklären? Nee. Nee, hör auf. Nein, tu's nicht. Wir machen irgendwann noch... Wir! Wir, du erklärst jetzt wir. Wir. Alex hat mal richtig hart gepupst und da kam Lava raus. Das ist die Erklärung. Sag nur mal wir, Alter. Du erklärst jetzt wir. Das war die Erklärung. Achso. Ja. Ja, du hast nett einen harten Schiss gemacht und dann kam da halt Lava raus. Und dann Alex und... Alex hat mal wieder den Lachs gebuttert. Und dann Alex Lava. Voll geil, oder? Voll geil. Klick auch voll plausibel. Okay, wir zählen jetzt alle Worte... Wir zählen jetzt den Umschreibungen vom Masturbieren auf. Wechsen. Pappen. Tschüss. Moin. Den Lachs buttern. Hey. Hey. Den Braten die Röhren schieben. Was macht der grad? Fünf gegen Willi. Den hat doch in den Tunnel werfen. Ja. Ernsthaft? Nico, ihr hängt hier im Gammelschad. Echt? Ja. Hängen wir. Boah, ist er cool, Alter. Ja, aber im dritten, okay. Uuuh. Ich will die behindert. Soll ich zur Drago gehen, der nicht da ist, oder was? Ihr seid so behindert. Uuuh. 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 Kommt jetzt sicher toll in der Aufnahme. Uuuh. 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 Ja, ne. Ich bin dafür, Pappi macht mit. So, ich muss es parken. Morgen. Ja, Schule. Na dann, viel Spaß noch. Was? Du musst jetzt noch. Tschüss. Haut's da rein. Tschüss, Schatzi. Und haut's da raus. Oh, da hat er gelächelt, oh voll geil Voll sweet Ey, Kubi, was hast du eigentlich gesagt? Auf meine Antwort brauchst du Hilfe Auf meine Frage brauchst du Hilfe Holz